Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Guten Morgen am Freitag, dem 1. September. Guten Morgen beim Geek Talk Daily. Ich habe heute 18 Technik-News für euch. Wir probieren mal etwas Neues. Ich habe 8 normale News für euch und dann 10 Vorstellungen von der IFA. Wir starten mit Essential, gehen zu StreamOn, zu Libratone, zu Instagram, zu Nest, zu Apple Kino, zu iOS, Beta, zu Pokémon Go und kommen dann eben zu den IFA-News. Wir starten mit Essential. Die hatten eine schwere Datenpanne, würde ich fast mal sagen. Da gab es einen Fehler mit dem Versand von E-Mails. Die Daten von rund 70 Kunden wurden an jeweils andere Kunden versandt und waren quasi mehr oder minder öffentlich zugänglich. Wer jetzt glaubt, dass es sich dabei nur um die Mail-Adresse handelt, so wie ich zuerst, na, da geht es um wesentlich mehr. Da geht es auch um Zahlungsinformationen oder um Bilder von Führerscheinen, also doch eher sensible Daten. Man hat sich entschuldigt, das soll nicht mehr vorkommen. Trotz allem wirkt nicht wirklich gut. Der Start des Essential Phones steht nach wie vor unter einem eher schlechten Stern. Unter einem ganz guten Stern steht das StreamOn-Angebot der Deutschen Telekom. Da kommen jetzt mit 1. September, also mit heute, neue Partner dazu. Die ersten Kunden sollen bereits per SMS informiert worden sein. Spotify ist jetzt mit dabei. Spotify war ja früher schon Teil von Zero-Rating-Angeboten der Deutschen Telekom und kommt jetzt damit quasi auch wieder dazu. Wir kommen zu Libratone. Das ist ein Hersteller von, ja, smarten, relativ teuren Lautsprechern. Da gibt es jetzt ein großes Update. Zumindest soll es im Herbst dann kommen. Einerseits A kommt Alexa-Support und andererseits soll Apple Airplay 2, das ja dann auch im Herbst kommen soll, unterstützt werden. Wir kommen zu Instagram und das ist nur ein kurzer Nachtrag. Dort sind die Stories jetzt auch im Browser verfügbar. Über 250 Millionen Menschen sollen täglich die Stories nutzen. Dementsprechend, ja, jetzt auch im Browser verfügbar angekündigt war es ja schon. Jetzt ist es tatsächlich auch soweit. Stichwort angekündigt und jetzt ist es soweit. So ist es auch mit dem Nest Thermostat E. Nest hat ja schon bereits angekündigt, beziehungsweise gab es Gerüchte, dass ein günstigeres Thermostat kommen soll. Dem ist es auch so. 169 Dollar soll das Ganze kaufen. Kosten einziger Wermutstropfen. Anfangs wird das nur in den USA verfügbar sein. Wir kommen zu Apple News. Gleich zwei in der Zahl heute. Einerseits A, die Apple Keynote zum iPhone wurde bestätigt. Am 12. September ist es soweit. Es wird die erste Keynote sein, die im Steve Jobs Theater am neuen Apple Park stattfinden wird. Ja, Let's Meet It Our Place titelt die Einladung darüber ein Apple Logo mit vier verschiedenen Farben. Die ersten wilden Gerüchte gehen schon herum. Was wir nur sicher wissen, am 12. September ist die Keynote um 19 Uhr unserer Zeit. Und ja, sie wird im Apple Park im Steve Jobs Theater stattfinden und damit das erste Mal das neue Büro von Apple einweihen. Ebenfalls neu wieder Betas. Ich habe ja die Woche schon von Betas berichtet. Jetzt ist Beta 9 von iOS 11 und TVOS 11 draußen. Drei Tage nach der letzten Beta eben. Etwas überraschend. Wirklich große, schwere Fehler gibt es nicht wirklich. Also gab es zumindest keine Berichte dazu. Insofern, ja, bleibt fraglich, warum das Ganze jetzt soweit ist. Wieder, weil ist nur die Public Beta noch nicht erschienen. Es ist nur die Developer Beta raus. Zur letzten News der normalen Teils dieser Folge quasi. Die legitären Pokémon Raikou, Entei und Suizune kommen jetzt. Ja, eben die nächsten drei Pokémon, die freigeschalten werden. Am 30. September werden alle drei Pokémon bis 31. Oktober verfügbar sein. Wir kommen zu den IFA News. Und ja, da gab es jede Menge neue Vorstellungen. Ich reiße dir jetzt nur ganz kurz an, um den Umfang einer Daily nicht zu sprengen. Einerseits hat Sony sehr viele Dinge vorgestellt. Drei neue Smartphones. Das XZ1, das XZ1 Compact und das Xperia X1 A+. Eigentlich keine großartigen Überraschungen dabei. Halt drei neue Smartphones von Sony. Ebenfalls drei neue Geräte von Sony vorgestellt. Kopfhörer und alle drei unterstützen Noise Cancelling. Die sind durchaus spannend. Eines der Modelle ist so von der Bauform her wie die AirPods, also völlig ohne Kabel, unterstützt aber Noise Cancelling. Da wird es dann vor allem spannend sein, wie lange der Akku halten wird von diesem Gerät. Dann gibt es welche mit normalen Nackenband bzw. Kabel und auch eine Weiterentwicklung der 1000X. Auf der anderen Seite hat man auch vorgestellt einen smarten Lautsprecher, der auf den Google Assistant setzt. Gestern gab es schon das Gerücht, dass es jetzt auch Partnerschaften mit anderen Herstellern geben wird. Sony ist der erste, der heute eben einen Lautsprecher mit Sprachassistent Google Assistant vorgestellt hat. Ähnliches auch bei Anker. Anker hat den Solo Mojo vorgestellt. Ebenfalls ein smarter Lautsprecher, ebenfalls Google Assistant drinnen. Wir kommen zu SanDisk und die haben mehr oder minder einen Rekord, zumindest im Consumer-Handel, aufgestellt. Es wurde die erste Micro SDXC-Karte mit dem UHS-1-Standard veröffentlicht, die auf 400 GB kommt. Preispunkt momentan 250 Dollar. Mag jetzt sehr teuer klingen auf der anderen Seite. Ja, die Preise gehen da sicher schnell schon runter. Ähnlich war es letztes Jahr mit den 200 GB Karten. Heuer dann eben mit 400 GB Karten. Auch eine Vorstellung von SanDisk, vor allem für Apple-Kunden, eigentlich größtenteils nur für Apple-Kunden, das iExpand-Base. iExpand-Produkte gibt es mehrere, das sind Speicherlösungen mit Lightning-Anschluss. Die iExpand-Base hat jetzt den integrierten Speicher, kann euer iPhone aufladen und macht aber dabei quasi automatisch Backups von euren geschossenen Videos und Fotos. Ebenfalls neue Vorstellungen gibt es bei Philips mit den Hühlampen. Einerseits gibt es da jetzt neue Wide Ambience-Lösungen, und viele verschiedene neue Leuchtmittel. Könnt ihr euch mal anschauen, auf der anderen Seite gab es die Bekanntgabe, dass es mehr oder minder ein neues Framework geben wird, mit dem quasi andere Geräte sich an die Steuerung der Hüh antrocknen sollen. Damit soll es dann zum Beispiel möglich sein, dass Videoplayer oder Fernseher die Hühlampen bedienen und so ein bisschen quasi im Takt der Musik oder vielleicht irgendwie passend zum Bild die Lampen einfärben. Ein Feature, das ich selbst schon sehr, sehr lange, sehr, sehr gerne nutze. Ich habe nämlich auch den passenden Philips Ambilight-Fernseher und die Ambilight-Fernseher können sich mit den Hühlampen koppeln. So wird dann mein ganzes Wohnzimmer quasi passend zum Film eingefärbt. Sehr, sehr nett ist natürlich dann auch praktisch, wenn ich dazu nicht unbedingt einen Ambilight-Fernseher brauche. Wir kommen zu den Vorstellungen von Garmin. Die haben gleich drei neue Sportprodukte heute vorgestellt. Vorneweg wahrscheinlich am interessantesten die VivoActive 3. Das ist im Endeffekt eine Weiterentwicklung ihrer bisherigen VivoActive 3. Sieht jetzt auch aus wie eine Uhr, ja sportlich quasi alles drinnen, was man will. Neu ist jetzt auch FitPay, ein Bezahlsystem, das Garmin launcht oder halt unterstützt. Heißt dann Garmin Pay in ihrer Variante. Damit ist es möglich, drahtlos zu bezahlen, auch unterwegs. Zusätzlich gibt es einen neuen normalen Fitness-Tracker und eine Weiterentwicklung des Garmin Vivo Plus, glaube ich, hieß das. Das war so ein schmaler Fitness-Tracker mit GPS. Auch der wurde entsprechend weiterentwickelt. Wir kommen zuletzt zu den Vorstellungen von Lenovo. Dort gibt es das erste Headset mit Mixed Reality im Oktober. Auch ein großes Thema auf der IFA offensichtlich. Lenovo ist quasi der zweite Hersteller, der das heute in Mixed Reality-Heatet angekündigt hat. Auf der anderen Seite hat Lenovo ihre Notebooks überarbeitet. Auch da gibt es jetzt vier Kerner in den schmäleren Modellen schon. Ebenfalls ein großes Thema der heurigen IFA. Einerseits hat die Mix 510-Reihe, andererseits die Yoga-Reihe ebenfalls vorgestellt. Und dann sehr, sehr passend zum heutigen Tag, womit ich zum Abschluss komme. Heute ist der Force Friday, Star Wars ist wieder ein Thema und Lenovo hat auch passend dazu zwei Notebooks in einer Star Wars Sonderedition vorgestellt. In diesem Sinne, ich wünsche euch, dass die Macht mit euch ist, vor allem mit voller Macht voraus ins Wochenende. Ich wünsche euch einen schönen Freitag, ein schönes Wochenende. Und nächste Woche ist der Martin für euch wieder da. Ich wünsche ihm auch an dieser Stelle einen guten Start zurück quasi aus dem Krankenstand, in dem euch ein schönes Wochenende. Und ja, bis bald wieder. Ciao. Hört mehr Geek Talk.